Jo, und herzlich willkommen zum offiziellen Gewinnervideo von dem Battle Map Contest. Das wurde zwar schon gesagt, einmal in der Bad Wars Folge von Peter und auch von uns, jedoch war das eher auch so am Rande eher gesehen und deswegen wollte ich nochmal ein offizielles Video machen. Der Kevin ist leider nicht dabei, der hat anscheinend Besseres zu tun, nein Spaß, der hat genug zu tun. Und ja, deswegen wollte ich einfach mal das Video machen und sagen, wer gewonnen hat, nochmal offiziell und nochmal genaue Informationen dazu geben. So, einmal haben wir hier Team Varkor, das war hier Fantasy, das Thema, was die gemacht haben. Ziemlich cool mit so einem Drachen und noch anderem Kram, gut, ich muss es nicht erklären, ich habe es nicht gebaut. Gut, dann haben wir hier hinten noch Lost Country von, nee gar nicht, doch, nee, von Pixel Open Village. Eine kleine Stadt auch, ganz nett, im Video sah es sogar größer aus, aber ich finde es eigentlich so, die Größe ist ziemlich passend, ziemlich gut so. Kann man sich gut verstecken, wenn man Bürgen schießt, ist es auch super. Und dann haben wir da hinten noch, in Raids Games, Lost Country, ein Haus. Und auch ganz gut ist, dass es ziemlich symmetrisch ist, drehsymmetrisch, punktsymmetrisch quasi. Dass hier Team Rot beginnt, habe ich mal einen Block reingesetzt. Und auf der anderen Seite haben wir Team Gelb. Und dann haben wir eben einmal das Haus, wo man sich auch gut verstecken kann. Da stürzt Minecraft ab, das ist schade. Gut, dann zeigen wir nochmal ein paar Bilder einfach. Darum geht es auch gar nicht. Es geht jetzt gerade nur darum, dass ich noch die Informationen rausstellen will, dass wir jetzt erstmal alles verkabeln müssen. Müssen? Verkabeln müssen, so. Und das heißt, erstmal noch, vielleicht noch ein paar Klocks bauen, dass es auch so gut funktioniert, wie es funktionieren soll. Dass man automatisch geportet wird, dass die Punkte gezählt werden, etc. Und das kann vielleicht noch ein paar Tage dauern. Mal sehen, wie lange. Und die Kids macht, wie gesagt, Halbzähling. Da schauen wir auch mal weiter. Wir haben schon zwei Kids gemacht, die sind auch schon sehr cool. Die sind mit so Spezialfertigkeiten. Und ja, wir melden uns dann nochmal bei den Gewinnern bei euch. Wenn ihr gerade zuguckt. Melden wir uns nochmal und dann schauen wir mal, was für einen Termin wir finden, wo wir alle können und wo wir dann alle zusammen die Battlemap zocken können. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.